Herzlich Willkommen im Verwertungszentrum Bayern. Wir kaufen Ihre gebrauchten Büromöbel. Wenn Sie Büromöbel besitzen, für die Sie keine Verwendung mehr haben, dann sparen Sie die Kosten der Entsorgung und helfen gleichzeitig dabei, die Umwelt zu schonen. Denn Ihre Bürostühle und Schreibtische werden wiederverwertet. Wir sind Ihr An- und Verkauf für komplette Büroeinrichtungen und bieten Ihnen die professionelle und termingerechte Räumung Ihres Objektes. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Ankaufsangebot für Ihre nicht mehr verwendeten Computertische, Büroregale, Büroleuchten, Bürostühle und weitere Büroausstattung. Wir freuen uns auf Sie!